es ist übrigens mitten in der woche und es ist 2 uhr und jetzt gehen wir mal an die Zhoi 5 zhoi 5 und die meisten ausländer die hier sind wissen was das bedeutet 1 euro 36,18 baht heute gerade gesehen und hier ist nämlich die immigration nachmittags kann man ja seine unterlagen hier abholen sein pass sein neues visum oder auch nicht und richtig was los hier die parken gerne in zweiter spur ich habe manchmal angst hier lang zu gehen echt aber was soll man machen die leute warten alles ist zu eng wir sind da nicht in den usa wo unfassbar viel platz ist wir sind ja in thailand ja hier ist richtig was los guckt euch das an liebe thailand freunde zwei uhr nachmittags die high season hat gerade begonnen parkplatz für 40 baht ist voll das kostete mal 20 baht vor zwei jahren 100 prozent preissteigerung nicht schlecht ich habe echt angst dass mir von hinten jemand in die hacken fährt hier ob ich die seite wechsel oder nicht ich glaube das spielt keine rolle aber ich mache das mal ich bin ein bisschen schnell unterwegs also ich gehe relativ schnell nicht langsam kein spaziergang tempo ja auf dieser straßenseite fühle ich mich schon etwas wohler da habe ich die leute besser im griff im beleg meine ich ja man hier wird ja kräftig gebaut das war mal ein schönes hotel wird alles neu gemacht also in thailand kann man nicht meckern hier wird gebaut ohne ende hier wird was getan geil auch für den lärm wird was getan so was machen wir denn hier blut fest testosteron kostet sogar mit preisangaben na das ist ja genial das muss ich doch mal mitnehmen sexual health check testosteron ja das finde ich ja gut mit preis ich bin begeistert wo ist das hier soll fünf immigration super gut und weiter geht's diese kleinen gänge mag ich ja da gehe ich mal durch die gibt es ja in bangkok reichlich aber leider nicht in pataya das riecht so gut richtig schön verfault hier ist schon ein bisschen ruhiger hier kann man durchatmen stefans gästhaus doch nicht der youtuber stefans tagebuch oder ist aber die kappt aber die mai malzeit Mahlzeit! Und da wird ärgerlich geguckt. Was ist das, ein alter Verlang, der hier mit einer Pocket 3 durch die Gegend läuft und mich mit einer thailändischen jungen Frau filmt. Tja, Sonnenbrille aufsetzen wird man nicht erkannt. Ich weiß, ich bin ein bisschen ironisch, aber es macht Spaß, wenn man sich den Blick angeguckt hat von dem rundlichen Herrn, so als wenn Blicke töten könnten. So, jetzt sind wir am Strand, Jumtchen-Strand, da wird gebaggert. Jetzt komme ich hier rüber, ist ja Einbahnstraße. Wie wir alle wissen... Ja, schön! Ich liebe ja diese komischen Elefantenhosen. Jeder läuft mit so einer 100 Barthose rum. Ich habe zum Glück eine Kopfbedeckung auf, die Sonne knallt, obwohl es irgendwie ein bisschen riesig ist. So sieht es aktuell am Jumtchen-Strand aus. Nicht schön, oder? Nicht schön, oder? Nicht schön, oder? Da ist ein bisschen... Ich bin ein bisschen am 15-jährig. Ich bin die Haut, aber 40. Ich bin ein bisschen 18-jähriger. Und so sieht man ihm aus. Beideeckung. Ich bin ein bisschen damit. Und so ist es ganz fautargert. So, Strandrundgang genug, sieht sowieso immer gleich aus, gehen wir mal da hoch, was die Geschäfte machen. So, Strandrundgang genug, sieht sowieso immer gleich aus, gehen wir mal aus, gehen wir mal aus, gehen wir mal aus. So, Strandrundgang genug, sieht sowieso immer aus, gehen wir mal 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 aus. Das Eis schmeckt gut hier, sehr, sehr gut. Kann ich jedem empfehlen. Ja, ach, hier kostet das sogar mehr. Bei mir kostet das 35, hier kostet das 40. Natürlich, natürlich die Lage wahrscheinlich. Oder bei mir haben sie auch erhöht. So, ich gehe wieder zurück, es ist mir zu heiß. Das ist mir, dass das 40. So, ich gehe wieder zurück. Dann gab es noch nicht mehr. Okay, das ist mir, dass du alles gut hier so angestellt. Da bist du. schnitzel 150 bad das ist ja saubillig 150 bad für ein schnitzel das kann ich nicht glauben die qualität muss ja wirklich gut sein für 150 bad nix los da sitzen die massagedamen rechts ich meine links mal schöne urlaubsänderung machen so sieht's aus ich denke mal die musik die man hört die muss ich nachher löschen frühstück 220 das hört sich doch gut an besser als ein schnitzel für 150 ich habe die kamera extra auf weit gestellt dass man rechts und links was sehen kann also weit winkel ich will da nicht direkt drauf halten auf die damen die da links und rechts sitzen finde ich unangenehm ich kann auch in die hau ich kann auch in die hau 4,60 Wart ab 14 Uhr. Ich war noch nie in meinem Leben hier in dieser Säule. Noch nie. Vorbereitet für Halloween hier. So, das war ein schneller Rundgang. Jompt hin, zwei Beach Road Jompt hin und von der Säule 5 in die Säule 7. Zwei Sekunden, zwei Sekunden. Nein, das schaffe ich nicht. Ich bedanke mich. Ich wünsche einen schönen Tag. Zu laut wahrscheinlich. Das war gerade ein Vogel auf meinem Kopf, auch nicht schlecht. Ich finde das ja immer süß, wenn ältere Männer so in meinem Alter mit freiem Oberkörper rumrennen. Finde ich am Strand okay, aber nicht hier im Einkaufszentrum oder an der Einkommensstraße. oder irgendwie witzig. Nur um braun zu werden. So, wie gesagt, schönen Tag und wir hören uns. Oder sehen uns. Ahh. Ich bin